Falls es einmal vorkommt, beim Spannen eines Rollos auf die richtige Lage achten. Das Rollo, so wie im Fahrzeug eingebaut, also mit der Unterseite nach unten aufgerollt, ablegen. Auf der rechten Seite wird jetzt zwölfmal das Seil im Uhrzeigersinn aufgewickelt. Dann wird durch Halten des Rollos und gleichzeitiges komplettes Abziehen des Seils die Feder gespannt. Das Ganze dann noch einmal wieder zwölfmal aufwickeln. Durch insgesamt 24 Wicklungen und Wiederabziehen erhält also die Feder ihre Spannung. Jetzt muss man zu zweit sein, denn auf der linken Seite muss jetzt durch das Langloch in der Rollowelle der Sicherungsstift in die Nut der Wickelrolle gesteckt werden. Kleiner Tipp, falls der Sicherungsstift verloren ging, geht auch eine aufgebogene Büroklammer. Das Seil links wird dann mit 6,5 Wicklungen gegen den Uhrzeigersinn, wie hier gezeigt, aufgewickelt und in der Nut festgeklemmt. Die gleichen 6,5 Wicklungen werden auch rechts aufgelegt, hier entsprechend im Uhrzeigersinn. Damit haben wir wieder ein gespanntes Rollo, fertig für den Einbau. Das Seil links wird dann mit 6,5 Wicklungen gegen den Uhrzeigersinn aufgewickelt.